Willkommen zurück zu Father & Son Play for Fun. Heute die 20. Folge der Story. Bevor wir jetzt mal ein legendäres Tier jagen, machen wir erstmal die Sache mit Kieran, denn da bekommen wir eine Schrotflinte. Wir haben unsere Schrotflinte. Wir machen was wir tun. Wir machen mehr Geld. Und bevor sie überhaupt wissen, dass wir hier sind, werden wir wieder weggehen. Und nach dem? Ich bin nicht mit diesen... diesen Bögen. Arthur? Du kennst mich besser als das. Wir arbeiten hier. Wir machen Geld. Und dann gehen wir zurück zum Westen. Und dann gehen wir zurück zum Westen. Und dann gehen wir zurück zum Westen. Also wie gesagt, die Gespräche sind wichtig. Aber jetzt machen wir hier die Nummer mit Kieran. Denn wenn wir da auf den Längen der Bären losgehen. Ohne Schrotflinte. Ist nicht clever. Und jetzt wird's gleich wirklich lustig. Ohne den Verärgern bedrohten? Nein. Ja, so ganz bei Freunden. Das klingt gut. Ja. Ich dachte, Herr Williamson könnte ein Wort haben. Bist du bereit, zu sprechen, Junge? Ich hab dir gesagt, Herr. Ich hab alles gesagt. Ich weiß nichts. Ich weiß nichts. Es sind keine Freunde von mir. Ich habe nur mit ihnen gefahren. Hörstel! Du siehst, wir haben das gehört. Also wie geht's, du sagst die Wahrheit? Das ist das, was du möchtest? Hörst ihn! Also die nächste Zeit, wenn er sein Mund öffnet, wird es uns, was passiert ist! Oh, 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 jetzt... Also, zartbeseitete sollten jetzt wegdrucken. Wie? Naja... Ihr habt's vielleicht gelesen. Oh, oh, oh! Oh, oh! Oh, oh, don't worry! Der Rollen Ballsbobel ist wahr! In Painocalypse zu setzen. Oh. illary Bele 이 meatCAR Во den Helgen liebbeln ist es? Oh, oh, um龍 Sie ke free. Ihrer Zeit ist, wor joy als Koch an die Leute von Sono Gracias, Lange. Oh, Box zu machen! Oh, we winter 여기는! Wie. Wie gucken Sie? Die sein Geigen Frage halten. Man, jetztflume frustr billet nicht werden. Jetzt ist oder nach uns, als wir dieses Teidchen начинаarn haben! Okay, okay, hör, ich weiß! Ich weiß, das tut doch so, wie es laisser's. Und du hast recht. Er mag dich nicht mehr, als du ihn magst. Er ist in der Sixth Point Cabin. Ich nehme dich da. Serious, ich mag ihn nicht. Ich meine, ich mag ihn nicht mehr, als ich mag dich. Kein Entschuldigung. Oh, nein, ich nehme ihn. Okay, dann, Partner. Warum nicht ein paar von uns da oben da? Right now. Ich habe das, Dutch. Es sollte Spaß machen. Okay, du. Komm, wir gehen. Und jetzt warten wir da hin. Und dann räumen wir da auf. Ja, ich mache dich das, was du. Ich mache dich auf. Das ist, was er sagt. Komm schon. Ich mache dich auf. Ich mache dich mehr, wenn wir nahe. Aber wenn ich weiß, wo wir sind, ist es über Valentin. Okay, ich gehe. Ja, ich gehe. Das ist mein Kollege hier. Also, ich werde auch was essen. Und das Pferdchen füttern, glaube ich. Oh man, jetzt reitet doch mal ein bisschen schneller hier. Scheren's saddle mit einem O'Driskel. Wer hätte gedacht. Wie viele Mal muss ich sagen? Ich bin ein O'Driskel. Du bist sicher wie einer. Und... Du riechst wie... Gott, verdammt! Du riechst wie einer, auch. Ich riechst wie Horseshit. Das ist richtig. Du bist großartig. Morgan. Du hast die Pferdchen in deinem Saddlebag. Du sagte, dass du... Ich habe sie gefragt. Und ich mache dir das. Und ich mache dir das weiter. Ich sage dir das. Die nächste Mal, wenn du mir etwas geben willst, wie sollst du es mir geben? Insofern du es schiehst. Ich hoffe, dass die Möglichkeit kommt, um es zu sagen. Ich sage dir das. Ich mache dir das. Hey. Hey. Wenn ich meine Beherrens habe, das ist hier. Ja. Ich weiß dieses Land. Ich nehme diese Straße durch die Röcke. Wie hältst du dich, Tom? Fine. Es ist noch nicht richtig, aber ich bin gut. Du solltest du nach diesem Schlaf zu sein. Hey. Alles klar. Abigail würde mich nicht abschneiden. Du kennst sie. Sie werden nicht mit. Was sind die Röcke? Na gut, wenn du eine Röcke hast, und du schiehst du nach der Frau, warst du dich. Und ich würde das gleiche für dich, wenn du in eine schlechte Weise warst. Ich hoffe, dass du nicht verstehst. Aber ich bin Angst, dass du nicht zu helfen kannst. Ich finde die Dialoge einfach... Einfach so ein paar Witzig teilweise... Vielleicht mal im Gucken her... Das füllt nur die Kerne für uns auf... Aber nicht irgendwas... Ah... Machen wir uns mal einen guten Brandy rein... Wie schwer ist es? Vielleicht hält es sich an... Hier... An dem Baum seht ihr auch... Traumfängerbaum... Merken... Wenn wir außerhalb von einer Katzen sind... Dann können wir den auch untersuchen... Ja... Ja... Ich würde sagen, dass du nicht viel über die O'Driscolls wissen... Aber vielleicht weiß ich mehr über dich, als du sie wissen... Und ich weiß alles über... Also... Wir lieben uns... Wie chwiller es uns mal so... Wirboxen fischium... Wir生活 ruhig... Wir lebern vors Gesicht... Wir redenannie... Wir so tun in der Abdulenteung... Das ist für dich! Duißt... Das ist plötzlich, wenn du in O'Driscoll in O'Driscoll filling. Wir subdantij ! Wir leben differen Este WILLIAM! Wir leben! Mit dem Mischung Leben an. Ich bin ein Kieler. Dutch ist... Dutch ist mehr als ein Lehrer. Von woher ich bin, man sieht nur das gleiche. Dann sieht man, aber man sieht nicht. John! Schau mal diesen Mann! Enough von dir! Leute! Wir sind fast auf. Jetzt. Wer weiß, ob dieser Mann, der wir mit uns mit uns sprechen, aber wenn es das, das ist, und Colm O'Driskels hier, wir können Jahre zu kämpfen. Hier und jetzt. Okay, jetzt, hier, wir gehen durch die Hälfte. Wir gehen in ruhig. Wir nehmen sie raus, als wir sie finden. Wir versuchen nicht, Dinge auszutauschen. Aber wenn wir tun, wir gehen schnell und hart. Wir setzten das, wie wir wissen, wie. Okay? Gleich geht's wirklich zur Sache. Wir räumen da richtig auf. Jetzt gucken wir mal, was nehmen wir mit. Ah, ich finde Bogen. Das ist eine gute Idee, ne? Wird schön leise. Wir brauchen noch was anderes zu futtern. Wir brauchen noch was anderes zu futtern. Ja, wir brauchen eine Rohm, ist ja wirklich glücklich, oder? Das ist das. Wir brauchen noch immer noch was. Wir brauchen eine Rohm, die andere Seite der Flucht. Ich werde meine Rögel aus dem Rögel aus dem Rögel aus dem Rögel aus. Und ich bin bereit. Leider, Bill. Well, quiet. This is it. The cabin's just the other side of this hill. Okay. Off your horses. Let's go. You gonna get them knives? I said easy. So, diemesser. Damn. What are you? What's going on now? Okay, get down. Cabin's in the cleaner now and there. There'll be a bunch of fellas hiding out there too. Are these fellas armed? Armed, drunk, wary of strangers, yep. In Cole Modrisco? He'll be holed up in his cabin. Be passed out, booze blind, likely as not. And over there, someone's coming. So, uh, who's gonna tell him we ain't got nothing for the pot? Oh, let me think. The fella that spooked the game, I reckon. I'm gonna drain it. I'll catch up. No, we ain't gonna fall for that. We're gonna wait so you can tell him yourself. Yeah, yeah, yeah. If anyone's actually gonna shoot the messenger, he'd be that mean son of a bitch. Yes, sir. Come on, shake it off. Shh. Come on. What are we doing about the pisser, Morgan? One by the tree. Oh. I'm gonna do it first, fella. Okay. Go to work. Ah, und jetzt geht's doch zur Sache, ne? Jetzt nehmen wir die richtige Knarre hier. Jetzt ruhig schon mal den ein oder anderen plündern, denn nachher haben wir nicht mehr ganz so viel Zeit. Ach, jetzt wird's ja sehen. So, erstmal hier. Wir wollen ja hier nicht sterben. Find that little toad! Come on, Driscoll! Where are you? Come at me, you Irish bastard! Move in on him! Give up, Driscoll! We got you beat! This is quite a hideout! Ah, da sind noch zwei. Oh, wo kommt der denn her? Okay, das war sehr optimistisch hier. Also bevor wir jetzt in die Hütte gehen, empfiehlt er sich ein bisschen zu looten. Denn danach bleibt nicht mehr viel Zeit. Das kann ich euch so sagen. Wenn ihr dann hier schön rumlauft, dann gibt's Stress. Oh, den machen wir noch. Rehe hier den Kollegen. Ja, dann klumpfen wir mal freundlich an. Was? Du bist okay? Ja, danke. Danke. Oh, shit, lost. I'm letting you run away! Now go on! Get out of here! That's as good as killing me! Out there, without you, Cuomo just was gonna lose his mind about this. So? So I'm one of you now. Give me a break. All right then. But I'm warning you. Oh, hey, I know. Come on, let's get to camp. So you got the cash, then? What cash? Yeah, it's usually some cash. In the chimney. I'll check it. Rest of you boys, get the camp quick. See, Arthur? I ain't so bad. Hey, Bill. You tell Dutch old Kieran ain't worth killing. Just yet. Yeah, right you are. Oh, now we're gonna see here. Oh, Kentucky Bourbon. Kekse. Super. Hier. Lohnt it, na? Was liegt da? Schon mal die erste Knete. Na gut. Ein Dollar. Gut, warum 1890 auch wie Geld, ne? Oh, einzige Elixir. Da sollten wir mal direkt. Eins von neben mir. Oh, Geldschein Klammer. Oh, 13 Dollar wird besser. Da. Über dem Kamin hängt die Flinte. Die nehmen wir auch mit. Sonst noch was? Alles gerade angezeigt. Eins. Boah. Ne doppelläufige Flinte. Jetzt. Ja. Zustand. Nicht so gut. Reinern wir mal direkt. So. Waffenöl. Jetzt geht's, oder? Perfekt. Und den Kamin durchsuchenden. Da. Ja. Das ist richtig. Cash. Oh. Die Sonne attacken. Oh. Waffenlandteil. Geht natürlich auch ab. Achso. Den können wir auch noch mal im Looten. Und jetzt wirklich. Sollte man sich hier vom Acker machen. Denn. Sonst tauben gesetztes Hüte auf. Ja. Machen wir uns hier vom Acker machen. Ja. Machen wir uns hier. Und dann würde ich sagen. Machen wir ja auch Schluss. Schnellwink hier. Richtung Valentine. So. Vielleicht zeige ich euch mal irgendwo wo wir sind. So. Wir haben jetzt alles abgegrast. Da ist Valentine. Und da ist unser Lager. Oh. Oh. So. Wie gesagt. Erst ein bisschen wegreiten hier. Hartig grüßen. Wir haben ja nichts gemacht. So. Dann. Ja. Machen wir Schluss für heute. Vielen Dank für euren Besuch. Abonniert den Kanal. Lasst uns ein Like da. Schreibt mir ein bisschen was in die Kommentare. Und bis zum nächsten Mal. Bei Father and Son. Play. For Fun. Bei Father and Son. Bei Father and Son. Bei Father and Son. Bei Father and Son.